Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute hier im Test aus der Vitrine Eigenserie die Rambus. Also die Rambus wurden jetzt so lange neu aufgelegt. Wir haben hier 6 Gramm NEM wie früher. Und jetzt bin ich mal gespannt ob sie noch genau so gut sind wie früher. Wir wünschen jetzt ganz viel Spaß hier beim Test. So Leute, jetzt sind wir hier angekommen an der Zündel-Location. Stell dir mal vor, wir sind an der Zündel-Location. Echt? Boah, wie die Rambo? Ich dachte, wir sind gerade im Restaurant. Ah, da hinten kommt der Kellner. Guck mal, komm. Wir haben bestellt einen kaputten Rambo. Ich würde mal sagen, wir werfen einen Kellner. Ich hätte gerne noch einen Spreit. Hey Leute, schnallt es gerade? Ja, das schneit. Lol. Lol, das schneit. Das schneit. Ja Leute, Vorfreude auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's an. Ich hätte nämlich gerne Streit. Ja, das auf einmal so gut ist. Naja, so gut fand ich den jetzt gar nicht mal. Aber es war ja ganz okay. Ja okay, aber nicht sehr... Und noch einmal. Man muss auch bedenken, 50 Cent pro Stück. Stimmt. Hm. Aber... Er ist jetzt zweimal den Goldenen gegriffen. Das ist natürlich traurig. Mhm. Jetzt der Silberner. Wir wollen aber lauter. Ja. Und jetzt einen da rein. Zum Abschluss. Wie seht ihr Leute? Ein Tunnel. Ein Tunnel. Ach, das ist ein Tunnel? Ich dachte, das wäre noch ein Restaurant. Oh Gott. Das ist McDonalds. Das ist McDonalds hier. Ganz schön hell. Ganz schön kritisch. Koppel. Oh, ein bisschen lauter war's. Geht so. Und ja, ich würde sagen, kann man sich ehrlich gesagt für 2 Euro sparen, oder? Boah, bleibt ja gar nicht. Für 2 Euro, oder? Zu teuer. Zu teuer, 50 Cent. Das stört ich nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen... Da glimmt's immer noch. Euch hat der Test hoffentlich trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut drin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.